Und guckt mal, das ist Flokati. Ich würde sagen, der Name ist Brunkram. Und jetzt kommt noch die Flora. Das ist seine Freundin. Flora und Flokati sind zwei echte Rassekatzen, also reine Perserkatzen. Sie sind so vier, fünf Jahre alt, wurden hier im Dresdner Tierheim abgegeben und suchen jetzt eine neue Familie als Wohnungskatzen. Die Flora ist noch ein bisschen scheu. Perserkatzen brauchen ordentlich Fellpflege, damit sie auch weiterhin so hübsch aussehen. Also wenn Sie sich für die beiden interessieren, einfach mal hier im Dresdner Tierheim anrufen und dann einen Termin machen und dann die Zeit besuchen.